Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 29.05.2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1351 an einem Sonntag eigentlich, weil die meisten von euch einen Feiertag haben, einem total pollenverseuchten, sniefen, niesenden und Hatschi-Morgen. Ich habe die folgenden Themen für dich bereit. Apple Logic, Netflix, Bitwarden, Giphy, Mercedes-Benz, Oppo, Apple, TLC und Logitech. Also gleich einiges an Themen und ich hoffe, ich schaffe es ohne fleissiges Niesen durch die gesamte Episode durch. Deshalb beeile ich mich jetzt auch gleich. Die ersten Reviews sind da zu Apple Final Cut Pro. Wie das Schnittprogramm ankommt, das könnt ihr nachschauen in mehreren verschiedenen Videos. verlinkt auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens. Da findest du einen Link zu all den Themen, die ich heute behandle. Nicht nur, eben dass die App für das iPad ist ja rausgefallen. Auch am gleichen Tag letzte Woche ist ein Update für Final Cut Pro und Logic Pro auf Mac OS rausgegangen. Warum? Ja, weil die Dinger ja unter anderem einigermassen miteinander kooperieren können. Nicht komplett, aber zu einem grossen Teil und deshalb braucht es da natürlich auch ein Update. Und ja, jetzt ist es raus. Nachdem in Spanien es getestet wurde, Netflix über 4 Millionen Kunden verloren hat, kommt die Ausrollung weltweit. Zuerst haben wir letzte Woche nur gehört von den USA, dann plötzlich hiess es auch Deutschland und es kamen viele, viele weitere Länder dazu. Unter anderem auch die Schweiz. Wer ein geshiertes Konto hat und das weiterhin nutzen möchte, darf bald schon, zumindest in der Schweiz, 5 Franken 90 pro zusätzlichen Nutzer mit dazu bezahlen. Und oder muss den aus dem Account rauslöschen. Na dann, tschüss Netflix, würde ich mal sagen. Auch Bitwarden stockt auf. Nachdem im nächsten Monat ja schon One Password mit Passkey startet, also Passkey Unterstützung, kommt auch Bitwarden. In einem Video zeigen sie, wie sie das umsetzen werden und ja, ihr dürft euch freuen und oder auch nicht, wie ihr dann schlussendlich möchtet. Möchtet ihr euch noch daran erinnern, als Meta, damals noch Facebook, Gifflin, gekauft hat. Einen riesen Aufschrei, weil ja, zum einen haben sie sehr viel Geld bezahlt, 400 Millionen, aber vor allem auch plötzlich gehört eine Plattform, die viele Menschen sehr intensiv und gerne nutzen, einem dieser grossen Giganten. Genau gesagt, nach dem Zuckerberg. Und die Angst war gross, dass die ganzen Memes und Gifs, heissen die Dinger, genau, Sticker etc. plötzlich nur noch im Facebook-Universum machbar oder nutzbar waren. So war es dann doch nicht. Neben Facebook und Instagram hatten TikTok und Microsoft Teams und weitere Plattformen nach wie vor die Integration von Giphy. Aber ja, das Ding schwingt halt mit. Dadurch bekommt der Herr Zuckerberg natürlich auch weitere Daten. Und somit würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass sie da einen Verlust gemacht haben, wie im Artikel beschrieben ist. Zwar haben sie es für nur 53 Millionen Dollar weiterverkauft an Shutterstock. Die freuen sich natürlich wie Bolle. Aber in der Zwischenzeit, über die Jahre, die sie jetzt Giphy einzig haben nutzen können, haben sie sicherlich sehr viele Daten über euch gesammelt. Auch wenn ihr nicht auf der Facebook respektive auf einer der anderen Meta-Plattformen unterwegs seid. Somit denke ich doch mal sehr schwer, dass das ja nicht so ein grosser Verlust ist für den Herr Zuckerberg. Aber wir werden es sehen. Warum haben sie überhaupt verkauft? Ja, eben kurz nach dem Kauf haben ja britische Wettbewerbshüter Bedenken angemeldet zum Glück. Und da hat man jetzt nachgegeben. Mercedes-Benz gehört bald schon zu dem erlauchten Autobauerkreis wie BMW, Hyundai, Kia, Genesis und BYD, die eine iPhone- und Apple Watch-Schlüsselintegrationslösung haben. Was kann man damit tun? Ja, du kannst deinem Auto bis zu 16 Personen zuteilen. Solche, die das Auto fahren dürfen, also die Bewilligung haben, einzusteigen, also die Tür zu öffnen, einzusteigen und davonzufahren. Und solche, die einfach dürfen, die, wie sagt man dem, die die Türe öffnen dürfen. Wie zum Beispiel Kinder, deren Eltern ein solches Auto haben. Die dürfen zwar ins Auto reingehen, bevor die Eltern schon da sind, aber die dürfen nicht davonfahren. Solche Schlüssel lassen sich auch mit weiteren Menschen teilen. Solltet ihr euer Auto mal verleihen. Über Airdrop, über iMessage und andere Messenger ist das möglich, die Schlüssel zu vergeben. Nun geht man weiter vor. Nokia verstärkt die eigenen Möglichkeiten. Nachdem OnePlus und Oppo schon länger nicht mehr offiziell über eigenen Webseiten und Kanäle verkaufen dürfen in Deutschland, geht man jetzt auch gegen die Importunternehmen los vor. Wie auch immer. Dazu gehören OnePlus 1, also ein, wie heissen die Dinger, Mobilfunkprovider in Deutschland gegen Drillish, Cyberport, Otto etc. Die haben weiterhin Oppo wie auch OnePlus Geräte verkauft und auch die bekommen jetzt eine Unterlassung, dass sie das in Zukunft verhindern müssen und oder dürfen. Gestern, vorgestern war es glaube ich, hat Apple mein Fotostream abgekündigt. Das kennt man eher von Google, dass die halt irgendwelche Dienste mal absägen. Nun tut das auch Apple. Per 26. Juli wird der Dienst eingestellt. Schon einen Monat vor wird nichts mehr hochgeladen und Apple fordert euch auf in der E-Mail, sofern ihr das dann nutzt, dass ihr eure Fotos speichern solltet. Die Fotos sind ja jeweils auf einem Gerät drauf und die sollte man dann in die iCloud übertragen. Ich, für meinen Fall, habe immer schon nicht wirklich verstanden, weshalb ich das brauche. Für diejenigen, die nicht wissen, was mein Fotostream ist. Ja, da wurden die letzten Fotos, die Fotos der letzten 30 Tage in die iCloud transferiert und somit allen Geräten zugänglich gemacht. Der Dienst war aber immer beschränkt auf 1000 Fotos und die Marke habe ich eh vielfach geknackt und somit war für mich das irrelevant, da ich normal die iCloud im Hintergrund genutzt habe. Oder erklärt ihr mir, ob ich dieses Feature immer falsch verstanden habe. Ich habe es auf jeden Fall bei mir nicht aktiv gehabt und meine Fotos einfach ganz normal in die iCloud hochgebeamt und so dann auch überall verfügbar gehabt. Nun hat auch TCL ein neues Fernsehmodell vorgestellt. Was heisst nun? Sie haben vor kurzem erst gerade in Meilen Neues gezeigt. Nun gehen Sie einen Schritt weiter. Es soll ein grosser Fernseher, ein 8K-Fernseher sein, der zu einem Tisch umgewandelt werden kann. Wer sich jetzt fragt, warum brauche ich an der Wand da im Wohnzimmer oder im Fernsehzimmer einen Tisch? Nee, ich denke mal, dieser Fernseher ist eher für eine Klientel gedacht, die so grosse Räume haben, dass der Fernseher in der Mitte steht und dann da nach einem Tisch integriert haben möchten. Ein bisschen speziell ist es, ein bisschen mehr so in Richtung, schaut mal hin, was wir können. Aber ich finde es witzig. Der Fernseher lässt sich nach hinten zweimal halbieren in der Länge und dann runterklappen und dann geht eine Glasscheibe drüber, so dass der Bildschirm an und für sich keinen Schaden davon nimmt. Bis zu 100.000 Faltzyklen sollen möglich sein. Und ja, ich denke mal, diejenigen, die sich diesen Fernseher leisten können, werden das bald mal ausreizen, wenn sie jedes Mal den Besuch zeigen, ganz stolz, dass ihr Fernseher sich zurückklappen kann. Aber wenn man bedenkt, was das heisst, wenn man, ja, wie soll ich jetzt sagen, fünfmal das Teil faltet, kurz rechnen, kommt man auf circa 1000 Zyklen, das heisst, ja, 54 Jahre. Wenn du es zehnmal am Tag faltest, kommst du auf 27 Jahre, solltest du sogar 20 Mal am Tag falten. Ich glaube, das könnte mir am Anfang passieren, weil ich einfach Freude daran habe. Dann hält der Fernseher 13 Jahre. Da das Gerät eh mit Android unterstützt oder ausgeliefert wird, glaube ich eh nicht, dass es 13 Jahre Update bekommen wird. Somit würde ich sagen, kann man das locker 30, 40 Mal am Tag falten, bevor dann auch die Software-mässig das Ganze nicht mehr mitmachen wird. Und zu guter Letzt habe ich dir noch eine kleine Neuigkeit von Logitech. Ein Headset, das wir schon vor einigen Wochen gesehen haben unter NDA, ist jetzt hier das Logitech G Pro X2 Lightspeed. Das ist ein Gaming-Headset für, ja, Gamer, die im Bereich des Pro unterwegs sind, so wie es der Name auch verrät. Es hat ein bisschen mehr drin. Ein Graphen-Audiotreiber, 50-Millimeter-Treiber, eben diese Graphen-Membran. Und es ist super leicht, sauber verarbeitet. Ich bin sehr gespannt. Es sollte nächstens hier eintreffen zu einem Test. Dann kann ich euch mehr davon sagen. Wir haben es nur kurz in die Hände gedrückt bekommen und mal einen ersten Eindruck bekommen können. Wir haben es nicht anhören können. Von dem her bin ich sehr, sehr gespannt. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich gehe jetzt weiter niesen. Wünsche euch einen guten Start in diesem Montag. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüü. Hört mehr GeekTalk.